Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profitipps für die Planung und den Hochzeitstag. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge. Heute geht es um das schöne Thema Hochzeitsblumen, Hochzeitsdekorationen. Und wir haben wieder einen Gast, nämlich den lieben Carsten von der Flower Factory hier in Berlin. Hallo Sarah, hallo Hung. Hi. Lieber Carsten, magst du dich erst mal etwas vorstellen? Will ich mal tun. Also ich heiße Carsten Flöter, habe nichts mit dem aus der Lindenstraße zu tun. Und für alle, die dem Irrtum oder Glaube unterliegen hier, bin jetzt seit 27, nee, doch seit 27 Jahren Florist oder in dem Gewerbe tätig, so muss man sagen, weil ich habe eigentlich mal als Gärtner angefangen und habe das alles, was ich jetzt mache, so dann nebenbei erlernt. Und das ist heute meine Leidenschaft. Ansonsten, ja, ich bin gebürtiger Berliner, komme aus dieser Stadt, bin hier groß geworden und aufgewachsen. Ja, bin seit jetzt 27, 26 Jahren hier, da von neun Jahren verpartnert und ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen. Und sag mal Carsten, seit wann gibt es die Flower Factory? Also die Flower Factory gibt es seit 2000, zumindest namentlich, weil meine Firma, mein Unternehmen hat es vorher schon gegeben. Wie gesagt, sonst käme das ja auch mit der Zeit jetzt nicht hin. Aber die Flower Factory gibt es seit 2000 hier in Moorbit ansässig. In Berlin-Moorbit. Genau. Für die Zuhörer, die vielleicht nicht aus Berlin kommen. Berlin-Moorbit, ein kleiner Bezirk. Ja. Genau. Und wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen. Also ich weiß natürlich, was du Schönes anbietest, aber für alle, die zuschauen und zu hören, weil heute haben wir auch ein Video für die, die jetzt nur zuhören. Heute machen wir auch ein Video. Ja, für alle die, die dich nicht kennen, was bietest du denn an? Also es gibt nicht nur Blumen, schöne, sondern? Naja, letztlich dreht sich alles um die Blume. Die Blume ist halt mein Werkstoff, auf dem wir halt dann Dinge entstehen lassen, wie ein Tischlerbretter zum Schränke bauen brauchen. Da brauchen wir Blumen, um daraus dann Hochzeitsdekoration und andere Dinge zu tun. Tatsächlich haben wir hier in Moorbit, dem kleinen Bezirk in Berlin. Ja, hallo. Also wir sind ein Teil von Mitte, damit das alle anderen auch mal verstehen. Wir haben hier ein, oder ich habe hier ein Geschäft, ein ganzes Blumengeschäft und da mit drin eben eine Werkstatt, in der wir dann Hochzeitsdekoration und Eventdekoration machen. Im Weiteren sind wir halt in der Bürobegrünung und Firmenservice tätig und verleihen natürlich auch viel Kram, den wir dann so für Hochzeiten und Events brauchen. Und sag mal, was ist der Vorteil, wenn ich mit einem Floristen arbeite, der quasi auf Hochzeiten spezialisiert ist? Gibt es da einen Vorteil? Gibt es bestimmt? Natürlich gibt es. Gibt es da mal vorher, wie bei allen Spezialisten. Wenn du dich auf Sachen spezialisiert hast und das jetzt so lange machst wie ich, also wie gesagt, Sarah hat es eingehend gesagt, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Sie hat mich mal auf einer Messe kennengelernt und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Das sind jetzt gut zehn Jahre, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung. Und in der Zeit haben wir, weiß nicht, fünf, sechs und hat Hochzeiten zusammen gemacht. Nein, so viele nicht. Aber es kommen viele, unzählige. Unzählige. Unzählige, ja. Ja, unzählige. Einfach reichlich viel. Und wenn du halt mit jemandem zusammen bist, der auf Hochzeiten spezialisiert ist, dann hast du den Vorteil oder haben Brautpaare den Vorteil, dass sie von meinem Leben, lebenslangen Lernen, eigentlich profitieren. Und so verstehe ich meinen Job auch. Also jede Hochzeit bringt wieder eine neue Herausforderung. Heißt, sich auf ein neues Paar einlassen. Heißt, Ideen aufgreifen von Brautpaaren, die sie selber haben, die sie mitbringen über Bilder. Und wenn du das halt so lange machst, wie ich das jetzt mache, dann fällt es dir einfach leicht, so Stile zu kombinieren und Dinge von einer Sache zu übernehmen und den Brautpaaren das wirklich, ja, ihre Wünsche zu erfüllen. Und so verstehe ich mich auch als Wünscheerfüller und als Traumhochzeitsmacher, wenn man so will. Carsten hat einmal so schön gesagt, Sarah, du bist Alice und ich habe das Wunderland. Ja, ich mache das Wunderland, genau. Genau, das fand ich voll süß, genau. Ja, aber was verleiht ihr denn noch alles? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil Hung, du hast ja eben gefragt, was ist der Unterschied? Also ein normaler Florist, der nun ein Geschäft hat, hat ja diesen ganzen Verleih nicht. Und das ist ja für Hochzeiten richtig wichtig. Also was verleihst du denn alles? Na ja, sagen wir mal so, mir ist einfach, oder ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn du Brautpaare hast, die haben zwar eine gewisse Vorstellung, die bringen auch Bilder mit. Und gerade wenn das so um Pinterest-Bilder und Instagram-Bilder geht, dann hast du halt oftmals Bilder, wo dann Dekomaterial drauf ist, was wir hier in Deutschland und Europa gar nicht kriegen und gar nicht haben. Weil, also ich gebe da so einen Dekoteil, da renne ich seit fast einem Jahr jetzt hinterher und ich kriege das hier nicht ran oder kriege das hin, aber nur zum extrem teuren Preis. Und da muss man halt einfach Alternativen aufbieten können und zeigen können. Und wenn ich mit meinem Paaren sitze und ein Konzeptgespräch mache, dann versuche ich relativ viel zu visualisieren. Und dann muss man das Zeug, was man dafür braucht, also Gläser, Vasen, Kerzenleuchter, Kerzenständer und all die Dinge einfach da haben. Ja, das verleihen wir dann natürlich auch mit, also mit Hochzeit dran. Aber auch wenn jetzt Weddingplaner oder irgendwer das so leihen will, dann kann er das auch leihen. Beides ist möglich. Also worauf ich hinaus wollte, waren aber auch, du hast auch Blumenbögen für die Trauung. Also das wissen die anderen ja nicht. Also du hast Blumenbögen, jede Menge verschiedene. Das muss ich ja selber sagen. Also der Vorteil ist, dass du nicht nur die Floristik machst, sondern du hast tatsächlich auch einen Dekoverleih, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also abgesehen von den Vasen und den Kerzenständer, Blumenbögenständer für die Trauung. Also dann muss man es nochmal etwas anders formulieren. In der Tat ist das so, dass Dinge, die wir nicht haben, ich sage, gibt es eigentlich nicht. Das heißt, wenn ein Paar zu mir kommt und sagt, das stellen wir uns vor, dann, und ich glaube, das macht mich am Ende auch irgendwo aus. Ich denke halt über die Blume weiter. Ich habe relativ viel technischen Verstand und handwerklichen Verstand und überlege dann, wie kann man einen gerüsten Ständer oder einen Blumenbogen bauen oder bauen lassen, herstellen lassen. Ich habe ein riesiges Netzwerk an Leuten im Background und mein Wichtigster dabei ist mein Schlosser, der mir halt einfach Dinge schweißt, so wie ich es brauche und mache, wo man sonst einfach Schwierigkeiten hat. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht versuche zu realisieren. Also vom kleinen Tischbau bis zum Saalumbau. Aber das bringt dann auch die Event, meine Eventschiene einfach mit sich, wo man dann teilweise noch ganz andere Dinge brauchen und machen muss. Also gerade für Hochzeiten hatten wir zum Beispiel auch schon einen Tischplan, der komplett mit Blumen floral rundum dekoriert war oder Tagespläne, die so schön ausgedruckt waren und rundherum ganz viele Rosen. Oder personengroße Herzen aus Rosen als Hintergrund für eine Hochzeit, so als Foto-Hintergrund, aber mit echten Hochzeiten. Das waren dann irgendwie so fast 6000 Rosen, die verarbeitet waren 1,90 hoch, 4 Meter breit, zwei Initialen mit einem riesen Herz da zwischendrin. Pompös. Und da muss man aber auch einfach wissen, wie man das technisch umsetzt, dass einem dann nicht die halbe Bude unter Wasser steht, weil sich halt über ganz viel Steckmasse Wassersäule aufbaut und wir hatten an dem Tag tatsächlich 30 Grad. Da kann man das nicht trocken stecken, das wäre also schneller Rauchware wahrscheinlich gewesen. Also ich weiß nicht, wie Rosenblätter sich rauchen lasse, aber vielleicht funktioniert das. Ja, wer weiß. Aber und dann muss das halt einfach nass passieren. Dann die Stellagen dazu zu bauen. Ich glaube, das ist mein großes Steckenpferd, dann auch genau die Dinge einfallen zu lassen. Wie setze ich es technisch um? Ich glaube, da höre ich schon ein bisschen heraus, dass das ja der Vorteil daran ist, dass du dich da so ein bisschen spezialisiert hast, weil du halt die Erfahrung mitbringst und weißt, okay, ein Brautpaar will was Pompöses haben, was Großes haben, aber das Brautpaar weiß ja gar nicht, dass du bei 30 Grad irgendwie bestimmte Sachen oder Voraussetzungen haben musst für die Rosen oder so und das Know-how bringst du mit. Das ist natürlich toll. Ich habe halt immer nicht nur meine Blume da irgendwie im Blick, sondern ich sehe immer das Gesamte. Also wenn ich jetzt mit einem Weddingplaner zusammenarbeite, auch meine eigene Hochzeit, ganz egal, ob ich die nur betreue. Wir hatten das vor drei Wochen, eine Gartenhochzeit, die war toll geplant vom Brautpaar selber und wir hatten dann einfach Regen und Sturmböen und es blies mir draußen alles zusammen. Und dann kann ich nicht einfach losgehen und sagen, nicht mein Problem, ich habe meinen Job gemacht, stand ja alles mal, sondern dann habe ich ja eigentlich alles mit Planen abzudecken und irgendwie zu sichern und herzurichten. Am Ende habe ich noch eine Kaffeemaschine repariert und die Kaffeetassen ausgewischt, damit wenn die vom Kaffee kamen und alles sauber hatten. Aber das ist dann mein persönliches Verständnis von Brautpaare glücklich machen. Darum geht es doch. Über den Rand hinaus noch ein bisschen schauen. Genau. Bei vielen Hochzeiten ist das Problem, wenn die Paare sich so das allererste Mal informieren und Floristen vergleichen, dann ist es echt immer super, super schwer. Klar haben sie einen ersten Eindruck, wenn sie in die Beratung gehen mit den Floristen, da ist natürlich eine Persönlichkeit dahinter. Aber wenn man dann einfach nur diese Blumenangebote mal vergleicht, dann finde ich es echt immer super schwer. Also ich sage meinen Paaren immer, vergleicht nicht nur die Zahlen, weil ihr wisst nicht, was ihr für das Geld bekommt. Deine Meinung dazu, Carsten? Meine Meinung dazu. Also mal grundsätzlich sage ich meinen Paaren immer, wenn sie zu mir zum Konzeptgespräch kommen, ihr kauft bei mir eigentlich nicht Blumen. Ihr kauft bei mir nicht eure Blumen für eure Hochzeit, sondern ihr kauft bei mir eure Erinnerungen, weil wir schaffen den Rahmen für eure Hochzeit, für eure Fotos, für eure Bilder. Wir schaffen den Rahmen für den Wow-Effekt, den eure Gäste haben, wenn sie kommen. Wir schaffen den Wow-Effekt für euch, wenn ihr in den Saal kommt, wenn du als Braut eben dann das erste Mal siehst, was da passiert. Weil die Männer sehen das ja in der Regel schon immer etwas eher, weil die halt Gäste begrüßen und rumlaufen. Aber so eine Braut sitzt dann halt schon Stunden vorher in der Maske, wie ich immer sage, und wird hergerichtet und sieht das ja dann zum ersten Mal. Und das ist genau den Moment, den wir schaffen. Und natürlich die Sicherheit, dass alles so funktioniert und so wird, wie sich das vorstellt. Ich bin da eh ein sehr visueller Mensch. Also neben meinen Konzepten oder Konzeptgesprächen mit dem Macher, wo wir ja schon viel aufzubauen, gibt es bei mir hinten immer eine PC-Visualisierung. Das heißt, ich baue denen tatsächlich am PC oder am Computer nachher nochmal ihre Dekoration zusammen, dass sie nochmal eine, also fast 95-prozentige Vorstellung kriegen von dem, was sie haben. Und das kriegen die dann auch so. Und genau deswegen kann man das nicht vergleichen. Das ist, vergleicht zwei Autos. Du musst letztlich gucken, was bietet dir, oder zwei Handwerker. Du könntest zwei Maler sagen, wir streichen eine Wand. Ja, und der eine kostet 300 Euro und der andere kostet vielleicht 500 Euro. Aber dafür hat dir der für 500 Euro das Zimmer noch ausgeräumt, alles sauber abgeklebt, alles sauber gemacht hinterher. Und das hat der für 300 halt nicht hinten dran gemacht. Und was immer ganz schlimm ist, wenn eben, naja, ich sag mal, so Kollegen oder andere dann einfach Web-Bilder irgendwie schicken und überhaupt nicht zeigen, was sie selber können und auch gar nicht zeigen, was sie selber machen. Und ich glaube, das ist bei Paaren viel wichtiger, dass sie einfach jemanden haben, der authentisch ist und wo sie sich wirklich sicher fühlen. Das erlebe ich gerade in letzter Zeit ganz oft, dass sie sagen, ey, wir machen das mit dir, weil du vermittelst uns einfach den Eindruck, dass du weißt, wovon du redest und dass wir bei dir ganz sicher sind. Und dass wir dir da echt vertrauen können, dass das so wird. Ja, cool. Und sag mal, was ist der Vorteil, wenn ich mir meine Blumen liefern und abbauen lasse? Naja, wenn du deine Blumen liefern und abbauen lässt, ist wie halt komplett mit der Deko, je weniger du als Brautpaar machen kannst oder machen musst, sagen wir mal so, weil du halt nicht so viel selber machen möchtest, kannst du deine Hochzeit viel entspannter genießen. Also ich habe das eben schon oft erlebt, dass dann Trauzeugen, Freunde natürlich würde ich sich immer gerne anbieten, irgendwas zu machen. Dann aber oftmals so machen, wie es, naja, weil sie das Brautpaar überraschen wollen und dann nichts sagen und dann das Brautpaar im Nachhinein sagt, naja, war alles ganz schön, aber hätten wir anders gewollt. Hätten wir anders eigentlich haben wollen. Oder eben das Brautpaar selber mitwirkt mit den Freunden und dann hast du am nächsten Tag echt Leute, die dann noch in den letzten Metern dann irgendwie noch was Anhängen machen, tun und überhaupt und dann eigentlich von der Feier nicht mehr vieler Weise müde sind und kaputt einfach vom Arbeiten. Und ich finde, wenn ich auf eine Hochzeit komme, dann will ich als Gast das auch genießen können. Dann will ich einfach hinkommen können und sagen, ey, ich muss nichts mehr machen, sondern ich kann mit euch das Get-Together machen am Tag vorher und aller Ruhe genießen und muss mich dann nichts mehr um, nichts mehr kümmern. Das ist halt bei uns auch so der Fall. Wenn bei mir das Konzeptgespräch durch ist und das Brautpaar sich entscheidet, mit mir zu gehen, dann müssen die sich um nichts mehr kümmern. Wir kommen, wir verschwinden und alles ist fertig. Blume darf man mitnehmen, alles andere wird wieder weggeräumt und ordentlich verpackt. Das Ding ist auch, was ich immer sehe, ist, dass es gnadenlos unterschätzt wird. Also sie denken, sie machen mal schnell die Blumendeko. Das ist nicht so. Die Blumendeko ist nicht mal schnell. Überhaupt die kompletten Dekorationen sind nicht so schnell. Also an alle Paare, ihr fahrt immer gut damit, alle Dienstleister zu beauftragen, die euch alles aufbauen. Sei es Platzteller hinlegen, sei es Gastgeschenke hinlegen, ob das jetzt der Hochzeitsplaner macht oder die Location macht. Und vor allem diese Blumen. Oder der Florist. Genau. Ja gut, das machen jetzt nicht alle Floristen. Nein, nicht alle, aber wir halt. Es geht ja um mich und die Flower Factory und wir tun das halt auch, wenn es sein soll. Genau. Also ihr tut auf jeden Fall gut daran, weil es wird immer gnadenlos unterschätzt und dann, und ihr wollt ja eigentlich eure Liebsten bei euch haben. Also die Trauzeugen sollten ja beim Paar sein und nicht in der Location, am Schwitzen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe das ja alles nicht mehr. Also es ist dann echt traurig. Ja, also auch nochmal so ein Nachsatz zu dem, was halt gut daran ist, wenn man es aufbauen lässt. Ich sage mal, wenn wir das aufbauen, ich weiß zumindest, wenn es um Blumenböen geht, dass die Dinger dann auch stehen bleiben und auch funktionieren. Oh ja. Ich habe ja schon Katastrophen erlebt, dass dann irgend so ein Wackelding da gebaut worden ist und da kannst du ja nichts dranhängen. Also Statik und Haltbarkeit spielen ja da auch immer eine große Rolle. Oder wenn mal irgendwas schief geht oder irgendwas ist, dann weiß ich immer im Konzept, wie man es ein bisschen anders bauen kann, dass es immer noch gut aussieht, dass man improvisieren kann. Ich glaube, das macht einen guten Hochzeitsfluristen aus, dass er A, weiß, wovon er redet, aber B, auch ein guter Improvisateur ist und gut improvisieren kann, wenn irgendwas schief geht. Genau, man weiß ja nie, manchmal weiß man ja nicht, wie die Boden Beschaffenheit ist oder so. Oder das Wetter ist so schlecht, man muss doch drin feiern und sich trauen lassen. Und dann muss man halt schnell überlegen, wie macht man es? Oder dann ist irgendwas gemessen worden, aber eben nicht richtig. Und dann muss man halt irgendwie da mal was dran werkeln und gucken, wie kriegt man das hin, dass es doch passt. Ja, auf unserer schönen Liste steht hier noch, was macht euch einzigartig? Gibt es eine Besonderheit? Aber eigentlich hast du das jetzt schon ziemlich gut gesagt, dass du auch links und rechts guckst und mitmachst. Ja, und dass wir halt nicht nur Blumen machen, sondern tatsächlich verstehe mich mehr so als Deko-Gesamtmensch. Also ich gucke immer, dass es im Einklang mit der Dekoration ist, die sonst noch mitgebracht wird. Oder die wir halt selber machen, die wir ja auch machen. Also das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle ja. Ja. Und eine unserer Fragen, welche wir immer stellen, ist, wann sollte sich das Brautpaar bei dir ja spätestens melden? Oder wann überhaupt. Oder wann überhaupt. Ich meine, so eine Hochzeit plant man, in der Regel plant man ja eine Hochzeit nicht eine Woche vorher, sondern tatsächlich schon mittlerweile schon teilweise eineinhalb bis zwei Jahre vorher. Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel das Problem als DJ, ich kann mich halt nicht vervielfältigen. Ich bin halt nur einmal irgendwie verfügbar für ein Datum. Wie ist es bei dir? Wann sollten sie sich melden, dass sie wirklich auch dich bekommen oder die halbwegs die Sicherheit haben, dich zu bekommen oder euch zu bekommen? Also mich sicher zu bekommen, bedeutet so ein gutes Dreivierteljahr vorher. Das ist schon so. Weil wir echt viel gebucht sind. Ich schaffe zwei, je nach Größenordnung auch drei Hochzeiten an einem Wochenende. Weil alles, was wir nicht mehr oder ich nicht mit meinem eigenen Team mache, da hole ich mir Freelancer zu und Leute, die halt einfach zuarbeiten. Und das können, das lässt sich alles realisieren, aber das muss ich halt immer abschätzen von der Größenordnung. Deswegen muss es besprochen sein, weil das kann ich immer erst sagen, wenn es halt dann auch besprochen ist. Und es kommt auch noch dazu, es muss auch alles irgendwie dann aufbereitet werden und nachbearbeitet werden. Also es ist ja nicht mit dem Gespräch getan, sondern es muss ein Angebot geschrieben werden. Zu dem Angebot kommt mein Exposé dazu, was sind aufwendig. Also mit jedem Hochzeitspaar oder in jedem Hochzeitspaar sitzt hier in der Vorbereitung etwa acht Stunden und dann steht Angebot und Exposé. Und wenn du dann eben Hochzeiten besprichst und dann auch noch machen musst und zwischendurch ja auch noch ein anderes Geschäft hast, andere Dinge zu tun hast, dann wird es irgendwann eng. Das haben wir gerade dieses Jahr gemerkt, wo mit, ja, Öffnung oder Ende der, oder der Möglichkeit wieder feiern zu können, also das ist echt hier, boop. Jetzt kommen alle so last minute, ja. Ja, die haben mich gut eingereist, innerhalb von drei, vier, fünf Wochen. Und das ist dann echt eng. Also mir persönlich reicht das, wenn so ein Brautpaar zehn Tage vor ihrer Hochzeit kommt und mit mir Blumen macht, weil das kriege ich immer realisiert für die. Eben, weil ich die Erfahrung habe. Aber schön, wenn es Brautpaar wirklich sicher sein wird, dass sie mich kriegen sollten, so ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr, dreiviertel Jahr. Ist auch sehr viel entspannter, weil alles, was ich unter Dach und Fach auf einer Schublade habe. Dann weiß man, was man hat. Genau. Geht uns allen ja so. Richtig. Und magst du mal so erzählen, wie das erste Gespräch stattfindet? Also im Idealfall hat man einen Termin, damit du auch weißt, dass man kommt. Und was machen wir dann immer alles Schönes? Also kommt immer darauf an, wenn das über einen Weddingplaner kommt, dann macht der Weddingplaner mit mir einen Termin, weil der viele Vorgespräche schon gemacht hat. Dann kriege ich in der Regel ein Moodboard vom Brautpaar. Ich sage immer, tanzt, singt, klöppelt, singt mir eure Hochzeitswünsche und eure Träume, die ihr habt. Und da ist es mal völlig unerheblich, wie groß oder wie klein die Wünsche sind, die man da hat. Sondern es geht einfach darum, einen Eindruck zu bekommen, wer ist das Paar? Also ein erster Eindruck, wer ist das Paar? Was wollen die alles haben? Es gibt von mir tatsächlich so ein Bedarfsblatt vorher, wo die mal aufschreiben können, was sie alles wollen. Dann kriege ich ein paar Bilder oder irgendwas zurück, dass man eine Vorstellung kriegt, in welchem Stil das wären soll, wie die Farben in etwa sind. Weil viel Blume hängt eben auch von der Farbe mitunter ab, weil nicht alle Blumen gibt es in allen Farben. Und dass man schon so ein bisschen tarieren kann und dann relativ vorbereitet und konzentriert in ein Gespräch gehen kann. Und dann wären einfach die einzelnen Punkte durchgegangen vom Körper- und Personenschmuck und über die Trauzeremonie bis dann hin Kaffee trinken und was dann noch so passiert, bis eben zum Abend und zur Dinertafel. Und das dauert dann ein, zwei Stunden? Etwa zwei Stunden. Als Konzeptgespräch selber nochmal zwei Stunden, dann gibt es eine Nachbereitung, die dauert dann etwa nochmal sechs bis acht Stunden für mich, was das alles unter Darumfach ist. Du hattest jetzt gerade noch schon die Farben angesprochen und die Blumen. Macht das Sinn, dann nur die Farben sich festzulegen oder sollte man mit den Blumen ins Gespräch reingehen? Ich mache das ja ungern mit festen Blumen. Also man kann, oder ich finde das immer schön, wenn mir Bräuten natürlich so ein Brotpaar sagen, welche Blumen sie überhaupt nicht mögen, weil das sollte nicht sein. Aber ansonsten reicht es eigentlich völlig, wenn man ein Farbkonzept hat, weil es achtet, ganz ehrlich, am Ende niemand mehr auf die einzelne Blume, wie das jetzt wirklich gesteckt ist und gemacht ist, sondern ich sage mal, je kleiner eine Hochzeit wird, je weniger ich da habe, umso mehr achtet man natürlich aufs Detail. Aber wenn ich mit 80, 90 und dann zehn oder zwölf Tische habe, da geht es um den Gesamteindruck, wenn ich da reinkomme, wie das aussieht. Und dann soll es im Farbkonzept sein. Aber ganz abgesehen davon weiß man auch überhaupt nicht, welche Blumen kriege ich die zu dem Zeitpunkt tatsächlich genauso, wie ich es haben will. Oder Blumen sind halt tagespreisabhängig, weil die halt an der Uhr in Holland versteigert werden. Und gerade wenn Hochzeiten sind, und das merken wir in diesem Jahr, wo halt wenig Ware nach der Pandemie da ist, dass so bestimmte Dinge oder wenn sie im Trend sind, ja, ich sage Stichwort Pampasgras, einfach Preise annimmt, dass selbst sich mir die Fußnägel hochschießen. Und ich denke, geht doch nicht. Nee, das ist schon teilweise dramatisch. Also ist es dann besser fürs Brautpaar, wenn man eine Farbe definiert hat, als die individuelle Blume, die dann unter Umständen halt sehr, sehr teuer sein kann. Ja, wobei man einfach sagen muss, wenn, ich meine, das Thema Pfingstrosen, Pfingstrosen, ich hätte gerne Pfingstrosen. Ja. Im November nicht, also jetzt um die Jahreszeit, ja. Aber dann müssen sich Brautpaare eben auch teilweise im Klaren darüber sein, wenn sie eine bestimmte Blume haben wollen und da Wert darauf legen, dass eben dann das auch entsprechend teurer wird, weil die Blume an dem Tag oder an dem Moment eben etwas teurer wird. Oder teurer ist ganz einfach, weil eben viel Bedarf ist. Und wenn sie bereit sind, das dann zu bezahlen, dann geht das ja auch. Ja, also wenn das Budget groß ist, ist das ja alles kein Problem. Was ist, wenn das Angebot zu teuer ist? Gibt es irgendwelche Spielräume oder kann man dann noch irgendwas machen? Naja, machen kann man immer was. Also wenn ich, ich nenne mein, ich sage da auch nicht Angebot zu, sondern ich sage immer eine Kostenübersicht. Eine Kostenübersicht legt bei mir einfach fest, wie der, ich sage mal, monetäre Idealfall für die besprochene Dekoration wäre. Das heißt, ich weiß einfach aufgrund der langen Jahre, was brauche ich, um die Dekoration so zu machen in der Opulenz, in der Form und Ausführung, wie wir das besprochen haben, wie sich das Brautpaar das so vorstellt. Und das ist nie ein Stein gemeißelt. Aber es gibt eine Diskussionsgrundlage. Ich muss ja erstmal irgendwas haben, weil Paare haben keine Vorstellung davon, was das kostet. Und die schleppen dir dann wirklich Bilder in die Hütte aus Amerika, wo eben andere Budgets da sind oder aus Australien, England, wo andere Budgets da sind. Und wenn du denen dann sagst, ist ja alles schön und dann geben die dir halt einen Budgetvorschlag oder eine Vorstellung, die sie haben, dann sagst du, okay, ich kriege da zwei Tische für. Dann ist das halt einfach mal doof. Und deswegen versuche ich immer so den Idealfall zu formulieren und darüber muss man dann im Einzelnen reden. Entweder macht man was kleiner, man speckt was ab, man lässt was weg. Also so Dinge, die nicht nötig sind, unbedingt nötig sind, sagen wir mal so. Oder guck, wie kriegt man den Idealfall hin. Bis zu einem gewissen Punkt. Weil ich sage mal, ein Brautpaar, was zu mir kommt, gerade auch mit Bildern, schon mit vielen eigenen Vorstellungen, die haben ein Bild impliziert in sich. Ja, sie wollen das haben zu einem günstigen Preis. Und wenn ich das nicht mehr erfüllen kann, weil ich einfach weiß, das kann ich nicht realisieren, weil das geht preislich nicht. Ja, weil mich vielleicht die Blumen im Einkauf fast so viel kosten würden, wie es dann nachher am Ende am Budget da ist, dann lasse ich das auch. Weil ich sage, ich möchte an dem Glück und dem Erfolg und möchte das ein Brautpaar an der Dekoration freut. Ja. Und ich möchte nicht an der Enttäuschung teilhaben. Also das sind wir einfach nicht. Nee, nee, das sind keiner. Wir waren, wir sind bei der Frage, lieber Carsten, wie viel Budget sollte man als Paar für die Blumen einplanen? Das hat er ja schon gesagt, im Idealfall heiraten unsere Brautpaare zum ersten Mal. Das heißt, die haben vielleicht gar keine Vorstellung oder eigentlich haben sie keine Vorstellung, was sowas kostet im Normalfall. Magst du uns mal so eine Preisvorgabe geben, ungefähr, was so zum Beispiel ein Brautstrauß kostet, eine Pro-Tisch-Deko, einen Blumenbogen oder eine Kirchen-Deko? Nein, ich versuche das mal. Letztlich hängst du natürlich immer davon ab, was für eine Blume möchtest du haben und was kostet die halt gerade. Und ich habe eingangs ja schon gesagt, wenn du halt eine spezielle Blume oder eben zu einer Zeit Pfingstrosen haben willst, wo es halt nur Pfingstrosen gibt, das ist so eine Blume oder ein Pampasgras zu Hochzeiten, wo gerade alle mit wir liegen, träumt im Gras, Hochzeiten und Boro feiern, dann ist das Zeug einfach teuer und dann muss man einfach mehr ausgeben. Aber deswegen sagte ich auch, dass es mir lieber ist, ich kriege nur eine Farbvorgabe, weil dann kann man gerade bei kleinen Budgets einfach auch eine Auswahl treffen und sagen, Kinder, verabschiedet euch davon, macht es anders, sieht auch toll aus, aber dann können wir das Budget einhalten. Ja, Brautstrauß, Brautstrauß muss man so um, also bei uns geht das über 80 Euro los, aber im Idealfall sind das 100, 120 mal 140 Euro, je nachdem, aber eher selten, also immer um 100 Euro. Ein Tisch, sag ich mal, wenn das über Baumscheibe und drei Gläser mit ein paar Blumen drin hinausgeht, dann sollte man, denke ich, schon, damit ein bisschen was auf dem Tisch steht, ein bisschen, gerade auf dem runden Tisch sieht es ja voll aus, wenn da drei Blumen und drei Kerzen hast, dann so ab 60, 65, 70 Euro und wenn es ein bisschen opulenter sein soll, mit einer Hochvase oder einem Leuchter oder so drauf, dann bewegt sich das schon mal eher so gegen 120, 150 Euro für einen guten Tisch. Also es ist so ungefähr für zehn Personen, jetzt mal so für die Vorstellung. Also wenn man es dann hochreicht, hat man 15 Euro Deko pro Person am Tisch, gemessen an 65 Euro fürs Menü oder so ist das eigentlich relativ wenig, aber so sollte man schon einplanen. Blumenbogen? Blumenbogen, ja, kommt auch wieder darauf an, was wird es? Ein Vollblumenbogen, wird es ein Metallblumenbogen, wird es ein Holzbogen mit einem Akzent links, rechts und so. Also das geht bei uns mit Bogen, Leihgebühr. Sarah hat ja schon gesagt, wir haben so viel Bögen und was wir nicht haben, bauen wir halt. Ich habe gerade einen ganz neuen gebaut und der geht so bei 350 Euro los. Also dann hast du so einen Eck-Axentschmuck und nochmal einen Gegen-Axentschmuck und den Bogen und... Aber der kann auch schon mal 1.000 oder 3.000 Euro kosten. Ja, das hat man auch schon, wenn es ein Vollbogen ist. Also wenn es die Bilder gibt, wo überall Blume am Bogen ist, dann eher in die Tausender. Ja gut, oben gibt es ja nie eine Deckung. Nach oben gibt es ja nie eine Deckung. Wir reden jetzt nur so normale Ab- oder Durchschnittspreise. Wir reden ja hier erstmal heute, denke ich, von in Anführungen der normalen Durchschnittshochzeiten mit einem etwas gehobeneren Budget vielleicht und nicht von Luxushochzeiten. Aber dass man es mal weiß. Genau, natürlich klar. Auch das machen wir. Wir haben ja schon Traubüge gehabt, die haben eben 6.500 Euro gekostet. Aber da waren dann eben auch 8.000 Blumen drin oder so. Und mindestens 10 Stunden Arbeit. Und Kirchendeko. Kirchendeko. Ja, Kirchendeko ist so das Thema, wo ich mal sage, das kann man auch wieder schwer sagen. Wie opulent will man es haben? Willst du was am Altar haben? Willst du noch an die Kirchenbänke was haben? So für eine Kirchenbank, wenn es nur eine Blüte mit ein bisschen Band oder so dran ist, dann liegst du da so bei 12 Euro für so eine Bank. Aber in der Regel sind das so kleine Bouquets mit Dings, dann liegst du so bei 18 bis 25 Euro. Und noch ein Brautpaar Stuhlschmuck für so um 30 Euro pro Person. Und wenn du noch was links und rechts neben den Altar stellst oder auf den Altar, auf Altar bis nochmal 50, 60 Euro. Und Vasen für links und rechts geht es ja bei 120, 150 Euro, damit das dann auch schön aussieht. Aber das sind dann gerade die Dinge für die freie Trauung, für die Kirche. Das sind alles Dinge, die kann man weiterverwenden. Also die kann man da mit in Location nehmen und da als Entrenner stellen oder an den Geschenketisch stellen. Oder wenn man Schalen auf Säulen stellt an der Kirche, dann kannst du die noch mit aufs Buffet stellen oder irgendwo mit weiter dekorieren. Mit den Kirchenbankstreußen kann man, die kann man für die Kaffeetafel weiterverwenden. Und das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig. Einfach weil wir versuchen, ein bisschen nachhaltig zu denken, dass man die Sachen möglichst viel verwenden kann und nicht nur für 20 Minuten hat. Dann wandern die mehr da wieder irgendwo hin oder das war es dann, sondern dass sie echt viel verwendet werden können, weiterverwendet werden können. Also nachhaltig und sparsam für Sport. Ja, natürlich. Und auch da ist es wichtig, weil man eine Unterstützung hat, ein Externer, dass entweder der Florist länger bleibt und die Sachen nochmal einsammelt, nochmal woanders hinstellt oder der Hochzeitsplaner oder irgendeiner, der extern ist. Sonst muss es halt Trauzeugen oder irgendwer machen, der vorher bestimmt wird. Ja, und das macht es halt nicht, weil wie gesagt, ihr wollt ja eure Trauzeugen bei euch haben, ihr wollt Fotos mit denen machen und mutet denen bitte nicht zu, dass die den ganzen Stress dann haben. Ja, wir haben jetzt schon viel über das Budget geredet, dass es da manchmal nicht so viel Ahnung gibt oder falsche Vorstellungen. Man weiß es ja auch nicht, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Woher? Man sieht immer so die tollen Bilder. Gibt es noch irgendwas anderes, wo die Paare manchmal eine falsche Vorstellung haben? Na, ich glaube, einer der Größten, die sich nicht vorstellen können Dinger, ist einfach, dass Brautpaare nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also man darf nicht vergessen, gerade in der Deko und gerade was Blumen angeht, da geht nichts mit Maschine. Jede Blume wird mühevoll eingekauft, liebevoll ausgesucht, muss verputzt werden, wird verarbeitet, geht wirklich durch Floristen hin. Das ist alles reine Handarbeit. Und Sarah hat es schon eigentlich auch gesagt, die Deko dann aufbauen, das ist eben auch alles nicht mal eben so gemacht, sondern die Luft schmeißen fertig, Hurra. Auch wenn wir Cinderella-Hochzeiten machen, wer das möchte, aber wir können leider nicht wie Cinderella alles hochschmeißen, alles fertig. Wir können eben den Kürbis nicht mit Schnips in eine Kutsche verwandeln. Geht nicht. Das braucht halt einfach Zeit und Manpower. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den Paare sehr gerne, oder nicht so bedenken in der ersten Planung, die sehen halt erstmal nur die Blume und was habe ich da für eine Deko. Aber die ganze Logistik drumherum und die ganzen Dinge, die da drum noch passieren müssen an Manpower, die haben sie oft nicht auf dem Schirm und die sind halt auch nicht unerheblich. Also da nimmt so ein Verrüst. Und das ist auch, apropos Logistik, dass das auch geliefert werden muss. Also viele denken ja auch, ach, ich gehe zu einem kleinen Blumenladen um die Ecke, der ist ja viel billiger. Aber die haben gar keinen Lkw, um das alles zu bringen. Also allein schon diese Logistik auch. Abgesehen von den Vasen und dem Know-how und so weiter, aber auch diese Logistik. Weil ganz oft werde ich auch als Hochzeitsplaner gefragt, kannst du das mitnehmen, kannst du das mitnehmen? Nee, manchmal nicht. Also gerade die Blumen, das ist einfach zu viel Zeug. Ja, nee, vor allem darf man auch noch nicht vergessen, in dem Moment, wo du Blumen nicht liefern lässt, sondern das selber mitnimmst, dann fällt dir was um. Und was machst du dann? Dann ist das Auto nass. Das habe ich auch schon gehabt. Blumen kaputt, Gläser kaputt vielleicht. Und dann ist einfach gut, wenn du eben wieder einen Floristen hast, der dann entscheiden kann, so, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du fährst nochmal zurück, holst rasch Ersatz und bretterst das zusammen. Freie nach dem Motto, man hat immer so viel Zeit, wie man braucht oder braucht immer so viel Zeit, wie man hat. Geht das dann eben, dass man es auch repariert? Oder es fällt einem irgendeine Lösung ein, eben dann mit Gläsern vor Ort irgendwas zu machen? Oder ja, das ist genau das Thema dabei, dieses Improvisieren, wenn was schief geht. Es soll immer nicht schief gehen. Ich sage mir, mein größter Horror ist, auf dem Weg zu einer Hochzeit zu sein und einen Unfall zu haben. Ja, das haben wir alle. Das haben wir alle, Dienstleister. Ich glaube, das haben wir alle, wir Dienstleister. Das haben wir alle, ja. Aber das ist echt so ein Bild, was man echt nicht haben muss irgendwie. Aber wie gesagt, wenn so Kleinigkeiten passieren, die kriegen wir halt besser weg, improvisiert. Und das kannst du halt allein nicht machen. Oder dann fehlt irgendwas oder dann wird ihnen mal schnell noch irgendwie überall was rausgezogen und noch trotzdem rasch noch mal einen Hund dekoriert, alles Bandstecke gemacht oder so. Oder die kleinen Dinge, die halt so nebenbei passieren, die halt, wenn du es vom Profi machen lässt, hat immer gemacht werden können. Ich glaube, so eine falsche Vorstellung von einem Brautpaar könnte auch sein, wenn ich jetzt persönlich, weiß ich nicht, ich kaufe einen Strauß für Mutti. Ja, gehe in einen Laden, einen Blumenladen, Einzelhandel, mach mir mal einen Strauß fertig, 30 Euro. Hol den ab, alles schön und gut. Aber ich glaube, das Drumherum, was du gesagt hast gerade, diese Logistik, das Hinfahren, die Manpower, alles Handarbeit und das vergisst man vielleicht an der Stelle, dass diese Dienstleistung drumherum. Ja, gerade das Thema Brautstrauß. Gerade das Thema Brautstrauß ist ja so ein viel diskutiertes Thema. Ja, warum ist das so teuer? Warum kostet so ein Brautstrauß, ist der so teuer? Aber wenn du einen Brautstrauß halt richtig bindest, also unter floristischem Aspekt bindest, dann hat der halt Vorbereitung. Du bindest den halt anders. Weißt du, bei einem normalen Strauß spielt es nicht die Rolle, ob die Blume nun einen Zentimeter weiter links oder rechts sitzt und wie das genau, der soll zwar in der Gesamtwirkung wirken und du hast ja auch immer viel Grün meistens drin oder nur die Blumen zusammengekloppt und dann ist so ein Strauß auch viel schneller gemacht. Aber in einem Brautstrauß sitzt du immer eine halbe Stunde bis 45 Minuten, je nachdem wie der sein soll, bis der dann wirklich so ist, dass er in der Form ist. Also oftmals hast du ja doch eher so einen kleinen, runden Brautstrauß. Und selbst so Boho-Brautstrauße, die erstmal sehr wild aussehen, ganz ehrlich, selbst ein Florist hat da manchmal Probleme, das so hinzubekommen, dass der eben auch diese wilde Anmutung dann letztlich hat. Ja, das ist nicht einfach. Das stellt man sich so simpel vor, aber ist es einfach nicht. Und es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und extra bestellte Blumen. Also du bestellst dir auch mehr Blume und guckst dann, wie es passt, aber hast die Blume extra für diesen Strauß eingekauft. Gut, das ist jetzt, wenn du so eine Vollplanung machst, aber noch mal ein bisschen einfacher, weil da hast du halt einen großen Umfang an Blumen, den du einkaufst und daraus schöpfen kannst. Aber gerade, wenn du jetzt nur Brautstrauß-Anstecker und vielleicht so eine Kleinigkeit hast und dann auch spezielle Wünsche da sind, ja, dann muss man kaufen, dass ein Brautstrauß mal 250 Euro kostet, weil wir kriegen Blumen ja immer nur in bestimmten Größenabpackungen, also 10, 20 oder 15, manchmal sogar 50 Blumen da drin. Da brauchen wir dann vielleicht drei. Also Pfingstrosen Pfingstrosen, Pfingstrosen ist zum Beispiel ein Thema, die kriegst du gar nicht mehr einzeln, die kriegst du nur Kübelweiß. Da sind dann 40, 50, 60 drin und du brauchst vielleicht zehn. Auf der anderen Seite, um vielleicht zehn Stück zu haben, die aufblühen, musst du 40 kaufen, damit du die eine Woche vorher vortreiben kannst, die aussortieren kannst, die dann schon durch sind und du genau die Blumen hast, die on point sind, dass die bei der Trauung nicht ausrieseln. Also das sind also Dinge, die man beachten muss und die Brautpaare ja auch nicht sehen. Und man muss immer als Brautpaar davon ausgehen, die Blumen, die der Florist dafür holt, die werden für die Hochzeit eingeholt, die hat ja nicht normal im Laden. Also bei mir ist das jedenfalls so, alles, was ich für Hochzeit und für Events einkaufe, ist nicht Ladenbestand und das verkaufen wir hintendran nicht im Laden. Oder kann mir das keiner garantieren. Also von daher ist das immer dafür eingekauft und muss dann natürlich dann dementsprechend auch bezahlen. Da fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Ich hatte mal eine Hochzeit, eine sehr große Hochzeit, nicht mit dir. Da gab es einen anderen Florist und da waren abends die Blumen auf dem Tisch und trocken. Also da war kein Wasser an den Blumen. Das waren so Silberleuchter und obendran Blume und die waren nicht wasserversorgt und sie waren abends trocken und sie ließen alle abends die Köpfe fallen. Also das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass man nicht jeden Florist nehmen kann. Man muss wirklich den nehmen, der Ahnung hat und der weiß auch, wie lange die Blume hält und was er überhaupt nehmen kann. Dass man nicht irgendeine Blume nimmt. Nicht nur irgendeine Blume, sondern man tatsächlich auch mit der Technik umgehen kann und genau eben weiterdenkt, wie warm ist man. Natürlich kann man manche Sachen auch trocken stecken, weil die heiraten alle im Sommer. Es ist immer warm in den Räumen und dann musst du dafür sorgen, dass es einfach vernünftig verarbeitet ist. Und dann musst du auch wissen, wie es geht. Aber das macht es dann letztlich auch aus. Natürlich will jeder eine Hochzeit machen. Oh toll, 1.000, 2.000 Euro vielleicht verdient. Aber da hängt auch unendlich viel Verantwortung hinter dem Geld. Weil für ein Brautpaar ist das wirklich viel Geld. Ich meine, das ist ja nur ein Teil vom Budget. Und wenn dann gerade der Teil, der den Rahmen bildet, der die Erinnerung bildet, der das machen soll, wo ich eigentlich sagte, den Wau-Effekt dann nicht passt, dann ist das einfach mal durch. In der Hochzeit entscheidet sich für den, der dekoriert und für Fristen in etwa zweieinhalb Sekunden. In einer Sekunde, wo die Braut den Brautsch rauskriegt. Oh. Oder oh. Ja. Und die zweite Sekunde, wenn der Saal aufgeht, beziehungsweise sie reinkommt oder auch zur Trau-Zeremonie, die Deko sieht und sagt. Die strahlen Augen. Das ist mir schön, als ich dachte. Also ich finde ja toll, wenn Bräute heulen, aber vor Freude und nicht vor Enttäuschung, wie schlimm das aussieht. Und wenn dann so Sachen passieren, wie Dara sagt, dann ist natürlich so ein Abend gelaufen. Traurig, ja. Da muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Das war eine Hochzeit von uns, Sarah, tatsächlich. Im letzten Jahr August. Da war ich schon, als DJ bin ich ja schon früher da. Ich baue alles auf und sehe dann, die Deko-Leute fangen dann schon an zu dekorieren. Und dann sieht man auch teilweise, wenn dann einige Gäste schon mal einfach sich so reinhuschen und gucken und du siehst sofort diesen Wow-Effekt oder die zücken ihr Handy raus und können es kaum glauben, wie schön das alles ausschaut. Und diesen Moment, dieses Momentum als solches, das ist wirklich schön. Also an die Brautpaare ist ein kleiner Tipp, das nehmen die Gäste auch mit. Also ich sage immer, ich wollte mal Bühnenbildner werden eigentlich. Und das hat nicht funktioniert. Dann bin ich Gärtner geworden, dann Florist, heute mache ich Hochzeiten und bin eigentlich wieder Bühnenbildner. Weil ich mit jeder Hochzeit ein Bühnenbild für eine andere Szene, für ein anderes Paar schaffe und denen den Rahmen für ihren ganz besonderen Moment. Und das ist jedes Mal eine neue Herausforderung, ob klein oder großes Budget, ob eine kleine oder große Hochzeit, da ist mir jedes Paar gleich recht. Und ganz ehrlich, für mich ist eigentlich nicht der Lohn das Geld, davon lebe ich. Für mich ist tatsächlich das Leuchten in den Augen, die Freude und die Dankbarkeit und die Anerkennung für das, was wir da machen und der Respekt. Da habe ich da erzählt, kriege ich eine Gänsehaut dabei. Das ist so wie jemand, der halt schaut, für den ist auch das Geld und die Gage natürlich eins. Aber der Applaus vom Publikum, wenn der nicht da ist, und das haben eben ganz viele auch in der Pandemie merken müssen, dann fehlt einfach was. Und ich glaube, das war das auch, was mir gefehlt hat. Der Motor, warum ich das eigentlich mache. Und das ist eben das Leuchten in den Augen. Das ist das Lachen. Das ist mein Motor und mein Antrieb und das, was mich ausmacht. Eine Trendfrage, die mich auch oder die vielleicht unsere Brautpaare auch interessiert. Was da so aus deiner Sicht die heutigen Trends sind? Oder gibt es vielleicht Trends, die auch so weggehen? Ich sage jetzt mal Stichwort Boho oder Pampasgras. Sind das so Dinge? Dinge, die jetzt noch in, ich sage das mal, 2022, 2023 und weiter noch im Gespräch sind? Oder nimmt das langsam ab und es gibt ein paar neue Themengebiete? Sagen wir mal so, also in der Floristik und der Dekoration, auch wenn man auf Instagram unterwegs ist, du kannst dich nicht neu erfinden. Und die einen stecken Figürchen aus Blumen, die anderen machen opulente, große Hänge, Stecke und, und, und. Und da ist es halt immer nur eine Frage von Form und Farbe und Vielfalt, die du anwendest und wie du zusammenbaust. So einen richtigen Trend, ja. Also einmal natürlich die trockenen Sachen, so Pampasgras, als das Boho ist und alle die trockenen Sachen, ist ja wirklich so retro aus den 70ern, die jetzt hier in völlig moderner, neuer Form und wie aufgewachsen sind. Die werden auch immer, also so Trends, die mal da wären, die werden nie ganz verschwinden. Also wir hatten vor allem unsere Holzbretter, unsere Holzscheiben mit Dings, die waren mal ein Jahr ganz in so für Landhochzeiten und Scheunenhochzeiten und da passt das ja auch in gewisser Weise ein bisschen hin, wenn man schick macht. Das ist nicht die Frage. Also wir reden jetzt von einer Baumscheibe, die wirklich als Scheibe geschnitten wird und die dann irgendwo da steht. Und da steht eine Vase mit einem Blümchen drauf und drei Teelichter drum. Oder so ein paar Vasen. Oder ein paar Vasen vielleicht. Und das ist halt, ja, so ein paar Sachen sind einfach irgendwie drüber, ja. Und trotzdem kommen sie immer wieder. Also um es konkret zu sagen, das ist out, Leute. Genau. Macht's nicht. Macht's out, die Holzscheiben. Die Holzscheiben. Die Holzscheiben auf den Tischen. Genauso und da mögen wir viele auch, oder werden mir jetzt viele widersprechen, aber auch Haarkränze sind eigentlich durch. Die waren mal eine Zeit lang, also auch Bohochzeit ist so ein Trend, der natürlich noch da ist, aber der auch langsam wieder abflaut. Also im Moment merke ich gerade in diesem Jahr jede Hochzeit, die ich irgendwie habe. Also er kriegt immer die gleichen Bilder. Aber es macht es mir auch einfacher am Plan, weil alles Weiß, Eukalyptus, Olive, Ruskuss, Gold. Ruskuss ist auch ein Grünzeug. Ist auch ein Grünzeug, genau. Grünzeug. Genau. Und das ist so das, was gerade so ganz innen zu sein scheint. Also Weißgrün, Gold. Aber ich muss sagen, Eukalyptus, glaube ich, habe ich bei mir auch schon, bei meinen Brautpaaren auch schon oft. Also ich stelle halt, meine Frage ist immer, welche Farben haben die, weil ich ja Lampen mitbringe, um das so ein bisschen dekomäßig ein bisschen auszuleuchten. Und tatsächlich Eukalyptus, Eukalyptus kommt schon das eine oder andere Mal auf das Vorhaben. Also du merkst halt einfach Trends, die aus Amerika kommen oder aus England und Australien kommen, die dann hier eben per Pinto ist viel schneller nach Deutschland transportiert werden. Die sind dann einfach hier ein Jahr später oder zwei Jahre später. Und deswegen tut es immer gut, heute nach Amerika zu gucken, so ein bisschen in die Hochbogende Hochzeit, wenn man so will. Und was da gerade Trend ist, das weiß man, wird ein Jahr später oder zwei später auch hier, sondern meistens ein Jahr später auch hier irgendwie Trend werden. Aber da gibt es jetzt nicht wirklich irgendwas Neues, was sich verändert. Also hast du, aber hast du den Eindruck, dass Boho so langsam weggeht und do-it-yourself auch weggegangen ist, ziemlich, und dass es eher zu elegant wird? Also sagen wir mal so, es gibt tatsächlich in diesem Jahr mehr Brautpaare, die, wenn ich sage, wollt ihr auch irgendwie so Pampasgras oder trocken dazwischen, um Gottes Willen, die gehen weg, ja, die einfach das gar nicht so toll finden, die dann tatsächlich eher so auf diese edlere Schiene, weiß und grün, also greenery und weiß gehen mit verschiedenen Grüntönen. Boho ist halt eine Geschmackssache. Entweder man isst das und mag das oder man mag es nicht. Da gibt es keine Graustufe irgendwie zwischen. Manchmal wird es so ein bisschen vermischt. Aber ich habe zum Beispiel in vier Wochen Hochzeit, die ist auch nur trocken, aber überhaupt nicht Boho, sondern irgendwie, weiß ich, ganz schick. Also ich finde, es wird eleganter und minimalistischer, das finde ich. Also einfachere Farben und weg von dem Boho Haarkranz und wir legen Teppich auf die Wiese und unsere alten Möbel hin und unser Vintage-Geschirr, ein kleines bisschen weg davon. Eher zu Trockenblumen kann schon sein, aber eher eleganter. Und dann das Goldgeschirr vielleicht oder der goldene Platzteil. Ja, genau. Also Gold ist gerade ganz innen. Also so reduzierte Eleganz, aber auch tatsächlich so wie so ein Sommer. Wie so ein Sommerblume ist... Das ist dann wieder das Natürliche. Ja, das holt so die Paare ab, die eher so ein bisschen nachhaltiger denken, die halt eher so in Natur sind. Saisonale Blumen. Ja, saisonal. Und das darf dann auch sommerlich sein, die also nicht so diesen Prinzessenschick wollen, sondern eher, ja, die heiraten dann in der Regel auch in einer sehr rustikalen Location, also eher so ein Industrie-Look oder irgendein Clubgarten oder so. Und sehr natürlich, wo das dann auch hinpasst. Und eben nicht im Schloss. Genau. Muss ja für alle was geben. Welcher Teil des Jobs macht dir denn besonders Spaß? Das Planen. Also tatsächlich, mir macht am meisten Spaß der Teil, wo ich die Ideen, den der Brautpaare und meine eigenen Ideen oder meine Erfahrungen dann mit einfließen lassen kann und denen tatsächlich ihr Konzept zusammenbaue und denen das visualisiere und selber schon, also wenn ein Brautpaar zu mir kommt, dann höre ich so zwischen den Zeichen. Ich kann das ganz gut, glaube ich, hören, was die wollen und die auch gut einschätzen. Und das dann zu planen und zu Papier zu bringen, zu visualisieren für die, das ist mein, ja, das, da gehe ich dann drin auf. Deswegen kann ich das auch, weil wer sitzt da an so einem Exposé oder so einer Visualisierung eben in fünf, sechs Stunden. Aber dafür habe ich am Ende auch was, wo ich sagen kann, das ist in meinem Kopf. Und Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder die, wenn mir mal was wäre, die können das genau nachvollziehen, weil ich denn genau meine Bilder habe. Und das Brautpaar kennt auch das Bild. Also die Erwartung oder das, was man dann erwarten darf, kriegt man dann bei uns auch genauso. Und da gibt es bei mir keinen Stil. Deswegen sage ich, jeder kann zu uns mit allem kommen im Prinzip, mir seine Wünsche sagen, seinen Traum vorsingen, tanzen, spielen, kleben, machen, tun. Und dann bin ich der, der das umsetzt. Und ich glaube, dass ich meine Sache, wir haben so viele verschiedene Sachen schon gehabt. Und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir alles Bravores gemeistert haben. Und egal, was da kam, da gab es nichts, was dann nicht so war, wie es hätte sein sollen, wenn ich so war, eigentlich besser. Also viele, ich habe glaube ich noch nie erlebt, dass jemand zu mir kam und sagt, oh, hier war ja gar nicht furchtbar alles, nee. Also die ganzen, die oft kommen, also eher kommen die immer und sagen, ey, wir haben es uns ja vorstellen können, aber es war echt so gigantisch viel besser und schöner. Cool. Hast du noch irgendeine Besonderheit, die du erwähnen möchtest? Haben wir noch irgendwas noch nicht besprochen? Eine Besonderheit? Nee, eigentlich, eigentlich. Eigentlich haben wir schon ziemlich viel erzählt. Nö, wir haben da schon gesprochen, was für ein Nied ich bin. Also dann, nein. Deswegen arbeite ich ja auch mit dir. Nein, ich meine ja, dass wir eben über das Blumen hinaus, ich habe immer das Gesamtbild im Kopf und die Gesamthochzeit und ich fasse halt auch mal hier und da mit an, wenn auch was gar nicht mein Job wäre. Aber ich will einfach, ich meine, das, was wir tun, wir sind ja nur ein Dienstleister, aber wenn dann irgendwas irgendwo hapert, dann macht das einen schlechten Eindruck auf den Gesamteindruck. Und dann hält das Brautpaar das auch in einem, dann kann man eine tolle Deko machen, aber dann ist die auch plötzlich doof. Und ja, ich sage mal so wie du, wenn du als DJ bist und dann die Musikkacke war am Ende, dann ist die ganze Hochzeit doof. Und dann war eben auch die Torte doof. Und deswegen finde ich, ist das, gerade wenn man auch mit einem festen Weddingplan, das ist ein Team. Ja, wir sind ein Team und da macht halt jeder seinen Schwerpunkt, aber man hilft sich untereinander. Das ist ein bisschen wie Familie. Und ich glaube, das macht es dann letztlich auch aus, wenn man sich an so einem Profiteam einfach hält, dass die einfach voneinander wissen, wie die arbeiten, dass ich einen auf den anderen verlassen kann und die alles tun werden. Also ich habe auch schon Dienstleister erlebt, die, wie, du hast Kerzen mitgebracht? Nee, ich habe keine Kerzen mitgebracht. Warum Kerzen? Ist ja nicht mein Job. Ich würde mir Blumen machen. So und so eine Dinge. Oder kannst du mal, nee, ich muss jetzt los, fertig. Also wo ich denke, das geht dann einfach nicht. Und das kann ich auch nicht. Also ich würde es selber nicht wollen und macht man dann auch irgendwie nicht. Also dann ist es quasi gut, wenn das Dienstleisterteam, was man als Brautpaar bucht, wenn die sich kennen und schätzen und als Team zusammenarbeiten. Ja, und auch über den Tellerrand schauen, so wie du es gesagt hast. Ja, natürlich. Also nicht nur seine Arbeit, seine Dienstleistung, was vereinbart wurde, sondern vielleicht auch mal so das I-Tüpfchen noch irgendwie draufsetzen. Ja, aber es ist ja auch viel entspannter für alle und letztlich für ein Brautpaar, wenn die wissen, dass für alle Bereiche, die sie bucht haben, einfach Experten und Spezialisten da sind. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum ich keine Möbel vermiete und so eine Sache. Ich habe das auch lange überlegt, ob wir uns da ausweiten, Dekogramm. Nee, den miete ich einfach dazu und ich kann das alles. Ich kann Tische dazu organisieren, ich kann Technik, kann ein ganzes Veranstalt, ein ganzes Hochzeitplan, wenn es sein muss. Aber ich nehme mir dann die Experten dazu, weil in jedem Bereich ein Experte sitzt. Das ist wie ein Anwalt, der alles macht. Der kann nicht wirklich nach meinem Dafürhalten. Das ist ja mein Credo. Wer alles kann, kann nichts. Ja, genau. Wer alles kann, kann nichts. Genau. Aber jetzt nochmal auf den Punkt, finde ich, fürs Brautpaar, wenn ihr eure Dienstleister kennenlernt und ein gutes Bauchgefühl habt und denkt, Mensch, das ist auch einer, der mal über den Tellerrand guckt und auch mal mit anpackt, das sind die Guten. Ich will es mal so rum sagen, wenn ihr ein gutes Bauchgefühl habt und sagt, okay, der ist vielleicht ein bisschen teurer, aber da haben wir ein gutes und sicheres Gefühl, dann nehmt den und gebt den Euro mehr aus. Und ihr werdet immer, also ganz oft enttäuscht sein, wenn ihr nur nach dem Preis geht. Nach Hochzeit darf man nicht nur nach dem Preis planen. Ne, immer nach dem Bauchgefühl. Nach dem Bauchgefühl und nach, ja, nach Sicherheit so ein bisschen, wo man, das ist ganz, ganz wichtig. Cool. Ja, jetzt habe ich meine letzte Frage. Deine Lieblingsfrage. Lieblingsfrage, Carsten. Gibt es eine lustige oder eine schräge Geschichte oder irgendein besonderes Ereignis, was dir widerfahren ist auf einer Hochzeit? Irgendwas, was du preisgeben darfst, wo sich vielleicht nicht jemand wiedererkennt? Naja, also auf einer Hochzeit selber. Oder in der Vorbereitung. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also auf einer Hochzeit selber ist mir eigentlich so nicht irgendwas passiert. Doch, eigentlich auf einer Hochzeit, wo wir im Vorfeld und auch während der, also nicht während der Hochzeit, aber eigentlich in der Vorbereitung beim Aufbauen das hatten, wir hatten tatsächlich eine große Hochzeit mit Sarah zusammen. Oh ja, jetzt pass auf, was du sagst. Nein, 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 eine große Hochzeit mit Sarah zusammen und da waren einfach so große Bauten, weil wir einen riesen Blutenbogen hatten, wir hatten riesen Bauten für ein Zelt, für eine Zelthochzeit und, und, und. Wir konnten das gar nicht im Laden bauen, weil da wäre der Platz, also in der Werkstatt gar nicht bauen, da wäre der Platz gar nicht gewesen. Und es war halt draußen schön, also haben wir ein großes Kühlauto gemietet, wirklich ein Kühl-Lkw und wir haben dann alles draußen, wir haben Streetworking gemacht. Wir haben draußen den Blütenbogen gebaut, wir haben einen riesengroßen Zelt, Eingangsüberbau, der war so vier Meter mal zwei Meter und zwanzig groß, den musste man Einzelteilen bauen und machen, den haben wir draußen gebaut und die steckt und während der Zeit sind die Leute natürlich vorbeigekommen und macht den, die waren völlig begeistert und dann teilweise drunter und so Instagram-Foto gleich so benutzt und immer und das war eigentlich toll, weil die Leute eben sehen konnten, was wir da eigentlich leisten in dieser kleinen Hütte, wenn man so will, weil es ist ja nicht groß und dann auch alles in den Lkw-Verfrachtungen gemacht und dann am nächsten Tag tatsächlich auch wieder der Punkt, wir hatten halt den ganzen Weg flankiert mit großen Lorbeerbäumen, die halt auch so ein bisschen windanfällig waren, wir haben das zwar in schwere Kübel gepackt, aber es gab dann tatsächlich Regen, Unwetter und Sturm und das hat uns echt die Kübel, einen Teppich, den wir festgeklebt hatten, da ist der Wind drunter und hat uns da alles zusammen gepustet und die Blasen und dann kriegst du echt Panik den Moment, aber und da hast du dann wieder eben dann auch die Profi-Experten, die dann einfach sagen, shit happens, können wir jetzt nicht ändern, also Stadtteppich, Teppich wieder zusammennehmen und zusammenrollen, weil lieber kein Teppich als ein dreckiger und zerknittert und zerregnet der Teppich, als dann keinen die Bäume so zusammenstellen, dass es irgendwie funktioniert und dann sieht es trotzdem schön aus, aber dazu musst du einfach Profi sein und dann musst du auch einfach an so einer Stelle, da hast du den Kopf nicht verlieren, also es gab schon ganz oft Situationen, wo ich denke, wenn er jetzt eine meiner Mitarbeiterinnen gewesen wäre oder ein Florist, der das nicht so oft macht, der steht da und denkt sich, oh, was machen wir denn jetzt und du rettest das halt und das ist schon sehr cool dann. Cool. Ja. Alright. Ja. Was ist denn dein ultimativer Tipp für die Paare? Wir enden immer so mit einem Tipp. Das haben wir schon heute erzählt. Gibt es da schon einen Tipp? Mein ultimativer Tipp, ja, guckt, wenn ihr einen Florist sucht, guckt so ein bisschen auf die Webseite, was der macht und wieder so arbeitet schon mal, um euch vorzuinformieren und ich zum Beispiel habe mir angewendet, ich mache mit meinem Brautpaaren, also nicht überwittigen Planer, weil das immer ein bisschen schwieriger ist, aber ich mache mit denen einen Videocall vorher. Das heißt, wir lernen uns erst mal kennen, bevor ich die in so ein Konzeptgespräch hole, weil wir lassen uns das Konzeptgespräch und das expressiv vergüten normalerweise und dann sollen die einfach wissen, ob sie glauben, dass sie das wollen und das funktioniert super, weil, weißt du, wenn du die Katze im Sack kaufen sollst und dafür Geld bezahlen sollst, dann gehst du da nicht hin. Dann sagst du, ach nee, dann gehe ich mal woanders hin, wo es mich nichts kostet. Aber wenn du schon mal jemanden kennst und sagst, oh, bei dem habe ich auch ein geiles, gutes Gefühl, dann gehst du da auch hin und machst das. Und deswegen sage ich, guckt euch die Leute wirklich an und wenn jemand wirklich auch, ich sage mal jetzt, für so ein Gespräch einfach ein bisschen Geld nimmt, dann macht der das nicht umsonst. Aber ihr dürftet mal nicht vergessen, ihr kriegt ganz viel Erfahrung, ihr kriegt ganz viel Tipps und Tricks und Dinge, die so ein guter Florist oder Hochzeitsflorist einfach weiß und kann, um euch euren Traum umzusetzen. Und den, ja, wenn ihr, ich sage mal, zu einem Wald- und Wiesnfloristen geht, der das ja auch sicherlich vielleicht kann. Aber wenn es dann schief geht, dann geht es auch schief und dann wisst ihr auch, warum. Ja, vor allem hast du nur die eigene Chance. Genau, du hast das. Deswegen guckt euch das an und entscheidet mehr nach Bauch und nach gutem Gefühl und nach Sicherheit als immer nur nach Preis. Also das kann man nicht vergleichen. Das ist nun mal ein emotionaler Moment. Also es ist vom Anfang bis Ende ein emotionaler Moment. Cool. Ja, guter Tipp. Fällt mir. Ja, da sind wir schon durch. Ja, Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Ja, schönen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für deine Tipps und Tricks und für deine Antworten. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Brautpaaren weiterhelfen. Ja, doch, doch, definitiv. Und ihr liebe Brautpaare und liebe Zuhörer seid doch so lieb und bewertet uns auf den Kanälen, auf denen ihr gerade zuhört. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch. Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch coole Hoodies, Tassen, sogar Babystrampler oder Hundizubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank.